Wir sind einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Mit unseren 11.000 Kilometer langen Hochspannungsleitungen transportieren wir Strom für 29 Millionen Menschen. In Dortmund, mitten im Technologiepark Phoenix West, befindet sich unsere Unternehmenszentrale. Nur fünf Kilometer von der City entfernt kann man neben einem Blick ins Grüne auch das Stadion und den Florianturm sehen. Der Standort verfügt über eine eigene Tiefgarage sowie eine gute Anbindung an Autobahnen und öffentliche Verkehrsmittel. Der moderne Komplex wurde 2019 fertiggestellt und ist mit Solaranlagen und einem Geothermiefeld in Sachen Energieeffizienz up-to-date. Die offene und freundliche Architektur ist auf dem neuesten Stand innovativer Raumkonzepte und bietet rund 890 Mitarbeitenden hochwertige Arbeitsplätze. Bequeme Meeting Points und großzügige Besprechungsräume ermöglichen vielfältige Zusammenarbeit und interdisziplinären Austausch. Für ein gemeinsames Mittagessen und entspannte Pausen stehen die Kantine sowie die Café Bar im Erdgeschoss bereit. Am Ende des Tages laden immer mehr Restaurants in unmittelbarer Umgebung zum After-Work-Treffen ein. Hier und an über 30 weiteren Standorten tragen mehr als 2000 Beschäftigte von Amprion jeden Tag dazu bei, dass die Lichter immer leuchten.